Die Ohrmuschel In unserem Kopf ist das Innenohr. Von außen kommen Schallwellen. Sie treffen auf das Trommelfell. Es beginnt zu schwingen, wie bei einer Trommel. Das Trommelfell ist ein dünnes Häutchen. Es gibt die Bewegung der Schallwellen weiter an die drei Ohrknöchelchen. Jedes von ihnen ist nur so groß wie ein Reiskorn. Sie heißen Hammer, Amboss und Steigbügel und gehören zum Mittelohr. Im Innenohr gibt es einen Schlauch. Er ist mit Flüssigkeit gefüllt und aufgerollt wie eine Schnecke. Deshalb heißt er Hörschnecke. Der Steigbügel drückt gegen ein Häutchen in der Hörschnecke. Dadurch beginnt die Flüssigkeit im Inneren umherzuschwappen. Schauen wir uns das einmal genauer an. Dazu blicken wir in den Schlauch. Siehst du die feinen weißen Härchen? Das sind die Haarzellen. Auf sie überträgt sich die Bewegung der Flüssigkeit. Sie fangen an hin und her zu schwingen wie ein Kornfeld im Wind. Durch die Bewegung wird ein Signal ausgelöst. Es meldet das Geräusch ans Gehirn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.